Der Arm ist gehoben, sehr starker Hüftwurf der Schwedinnen und da wird der Ball abgefangen und das Tor ist leer, die erste Treffer hier, sehr gut nach außen abgelegt und dafür ist Kim Erni jetzt gerade auf der Bank und das ist der zweite Gegentreffer über die Chance über ein Tempospiel sein und die Nummer 19, Zwischenrunde gehen bzw. Hauptrunde. Angucken, der Nummer 11, jetzt Nummer 7, sie verteidigen dort deutlich aktiver, hier muss man jetzt sagen, dass die Halbverteidigung auf jeden Fall ist. Wunderbar, geholt von Tabea Wippa, Deutschland Express rollt, über Magdalena Rufs. Jetzt, drei Minuten, vor Ende der ersten Halbzeit, Däuble. Und genau so kann es gehen. Sobergruppen, komm. Ah, diesmal. Fuchs, Elath. Immer wieder der Weg über den Kreis. Jetzt kann sie nicht, sagt sie. Dafür richtig gut Handball spielen. Der Weg über den Begriff. Oh, das war. 7,5. Oh. brauchen sie definitiv eine torhüter leistung und jetzt ist es da nach über drei mit vier per sieben meter zu treffen der erste ging nicht rein und jetzt macht petra simon kommen das beruhigt sich wieder aber ja durchaus problem letzten tagen mit das tempo geht hoch der winkel ist überragend und den ja wo treten aber da ist die der winkel ja